Lass ihn doch immer locker, wenn er zappelt. Geil, da muss wieder was zu räuchern. Wenn man ihn rauskriegt. Das kloppt mich hier rein. Der hat ihn voll genommen. Warte, jetzt macht er dich fertig. Der hat ihn voll genommen. Der hat ihn nicht mal quergehakt oder so. Jetzt kann er. Warte mal, holen wir noch ein bisschen näher ran. Hier vorne. Wir packen am Vorfach und dann. Freikopf, ah ja. Hast du überhaupt ein Vorfach? Mach, mach. Na ja, hab ich. Und? Mach, hol ihn raus. Mann, du fass ihn doch mal an. Hol ihn einfach raus. Schmeiß ihn erstmal ins Boot, ist egal. Hol raus die Sau. Oh, ist ein schöner.